Was geht Leute? Mein Name lautet Danny B-B-B-B-B-Nitsch. Willkommen zu einem neueren Video hier auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten. Und hier bin ich jetzt gerade flüssig, live mit Cam und mit dickem Penis. Ich hab gerade keine Hose an. Leute, ich bin gerade so happy. Ich habe gerade die Lösung für den Webcam-Lag herausgefunden. Und nach zwei Wochen, jetzt ohne Witz, zwei Wochen Suche, habe ich endlich herausgefunden, woran es lag. Und es ist etwas, was wirklich unglaublich ist und wo niemand drauf kommen würde. Und zwar, mein PC ist super gut. Ich habe einen wirklich guten PC. EZ Prozessor. Also mittlerweile ist er nur noch gut. Nicht sehr gut, weil nach einem Jahr oder nach eineinhalb Jahren oder nach zwei Jahren wird ein PC halt schlechter. Logisch. Eine GTX 680. 16 GB Arbeitsspeicher. Ähm... Ich kann mich mit PC nicht so gut aus, aber... Ja, ungefähr so. Ähm... Irgendwas... Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es ein ganz guter PC. Ähm... Und es konnte nicht am PC liegen. Jetzt zieht euch das mal rein. Ich habe mit MrGamerPros, der übrigens auch ein YouTuber ist, ich verlinke in meiner Beschreibung, weil er sich viel Zeit gelassen hat, mir zu helfen. Ähm... Ich habe mit MrGamerPros, habe ich die ganze Zeit drangesessen und mich gewundert, wieso zum Teufel geht diese Scheiße nicht? Und ich habe mich gefragt, mich gefragt, mich gefragt, mich gefragt, mich gefragt, mich gefragt. Und nach... nachdem es zwei Uhr abends war, es war zwei Uhr abends, habe ich gesagt, ich hol mir noch einen grünen Tee. Weil ich trinke ja grünen Tee, deswegen Stoffwechsel, mehr Fettverbrennung und so weiter und so fort. Ne? Wer sich mit Fitness ein bisschen auskennt, der würde das verstehen. Ähm... Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichert! Ja, super, ich bin so gut wie tot, alter. Kontradrohne in der Luft. Oh, shit, Leute. Sorry, ich muss mich loszuzieren. Immer noch ein bisschen. Der kommt hoch. So. Die haben eine Aufklärungsdrohne, deswegen. Das konnte ziemlich schwer werden für mich jetzt gerade. Der Typ kommt nicht hoch. Ne, der ist tot, okay. Gut, das Problem müsste erledigt... Da um... Nein, doch, 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 doch. Sorry, Leute, das ist ziemlich spät, Sade. Ich darf nicht so rumschreien. Ähm, auf jeden Fall, ich wollte einen Tee machen. Hab einen Tee gemacht. Und, ähm... Dann denke ich mir so... Wieso denkst du denn... Nein, 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 nein. Ja, meine Teammates sind die größten Spacken, Alter. Ich hab mir gesagt, versuch mal unlogisch zu denken. Viele denken ja von mir, ich denke gerne unlogisch. Aber nein, ich denke meistens logisch, wenn ich ein Problem habe. Aber wenn man... Wenn man... Wenn man logisch denkt, findet man meistens die Lösung gar nicht heraus. Versucht mal, unlogisch zu denken. Und das meine ich komplett ernst. Ich meine das komplett ernst. Ich habe nämlich... Ein Headset vor zwei Wochen bekommen. Ein Headset vor zwei Wochen bekommen. Dieses Headset habe ich rausgestüpselt. Das ist das Astro A50. Und anscheinend... Passt das irgendwie nicht. Elgato und Astro A50 irgendwie so. Oh, ich bekomme vielleicht eine Harrier. Aber ich bekomme sowieso die Atommome nicht mehr. Weil es, ähm... Es ist zu weit vorangeschritten, das Spiel schon. Deswegen... Aufklärungstrohne online. So, die sind alle da. Heilige Scheiße sind da viele. Oh shit, der Typ will es wissen. Ach du Scheiße, ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Der Typ ist dort, okay. Oh, da gehe ich lieber nicht lang. Ja gut, die Atommome bekomme ich sowieso nicht mehr. Ich habe meine Headset... Headset sausgestüpselt, Leute. Mein Headset. Wie gestört ist das denn bitte schön? Auf was für Ideen man kommen muss, Leute. Das ist unglaublich, Alter. Oh, ich gehe ganz schön ab, muss ich sagen, gerade. Ich freue mich einfach so sehr, Alter. Dass meine... Das Gameplay... Dass die Freude auf mein Gameplay rüber geht. 11 zu 0. Gleich den Anfang, Alter. 11 zu 0. Leute, ich bin so flüssig, Alter. Guck mal, seht ihr das? Seht ihr mich? Ihr seht mich jetzt. Ihr könnt mich sehen. Aber ich kann in Ruhe aufnehmen. Das ist so krass, Alter. Das ist einfach so krass, Mann. Es gab einfach alles. Ich kann es nicht glauben, Leute. Ich weiß nicht, was ich jetzt so sagen soll. Das ist ein besonderer Moment gerade für mich. Ein sehr besonderer Moment. Ich freue mich wirklich, weil... Ihr müsst... Ich hatte das Problem drei Wochen. Und dann... So ein Scheiß. Wie findet ihr eigentlich meine Haare? Ihr müsst mal versuchen, euer behindertes Gesicht zu machen. Ich versuch's mal gleich. Euer richtig... Ein richtig behindertes Gesicht. Okay, Thumbnail. Stimmt, ich wollte ja ein Thumbnail machen. Thumbnail für jedes Video. Äh. Das war ein hübsches Gesicht. Ja, das gefällt euch allen. Ich weiß. Puh, Leute. Ich bin da zu happy. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich... Alter, ich bin so happy gerade. Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß nicht, wie ich meine Energie rauslassen soll. Ich bin so... Ich will einfach nur Party machen irgendwie. Ich will einfach nur richtig Energie rauslassen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr... Ihr müsst einfach... Ihr müsst einfach Energie rauslassen. Weil so viel Energie in euch drin ist. Dass ihr am besten... Drogen nehmen solltet oder so. Ja? Ey, Leute. Ich könnte die ganze Zeit von der Kamera so rumhampeln. Weil das einfach alles so flüssig ist. Guck mal. Ich lege nicht. Hui. Ich lege nicht. Sorry, Leute. Okay, ich auf damit. Ich sollte mich wieder daran gewöhnen, dass alles wieder geht. Und morgen geht es dann wieder nicht. Alles wird gut. So, wir versuchen erstmal die Atome nochmal zu bekommen, natürlich. Äh, das wird das letzte Spiel für jetzt sein. Weil es ziemlich spät ist. Ich muss... Es geht zwar noch nicht schlafen, aber... Ich habe keine Ausrede. Ist halt einfach so. Ich benutze auch ein anderes Programm. Damit kann ich das schnell rendern, mehr Videos machen. Dann mache ich wieder so viele Videos, dass ich wieder Millionär werde. Ja, ja, ja. So. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen das mal hoch. Ich konnte auch übrigens nicht live streamen. Das war auch das Problem. Ich konnte nicht live streamen. Hä, wo sind die ganzen? Sechs Gegner. Ops. So. Sechs Gegner haben wir. Aber ich finde keinen. Hä, habt ihr seht ihr das? So, ja. Ich habe so eine Freude. Boah, ich würde das Gameplay so rocken, Alter. So rocken. Ich hatte ein 11 zu 0. Ist mir gar nicht aufgefallen. Dich habe ich gehört, mein Freund. Dich habe ich gehört. Dich spawnen jetzt alle da hinten wieder. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Wo sind die, wo sind die, wo sind die? Da oben, da oben, da oben. Ich habe ihn gesehen. Oh, auch da? Scheiße, die kommen von überall. Ich kann die gar nicht sehen. Ach da. Oh, wie, ich habe ihn geklaut. Ich habe ihn kill geklaut. Oh, nice, nice, nice. Ich habe mein Teammate gerettet. Ich habe mein Teammate gerettet. Die kommen auf jeden Fall von dort. Ich werfe meine Granate rüber. Wichser! Ich lasse meine Laune jetzt nicht verderben, Alter. Ich lasse meine Laune jetzt nicht verderben. Ach du Scheiße, von wo kam der an? Aber das wird jetzt schwer sein, Leute. Ein Atomoment noch zu bekommen wird, ich glaube, nicht so möglich sein. Oh, es fühlt sich so gut an, Mann. Ich, ah, es fühlt sich so gut an. Ich kann es dir nicht glauben irgendwie. Ich kann es dir einfach nicht glauben. Heilige Scheiße, der Typ will es wissen. Aufklärungsdrohne online. So, den habe ich gekillt. Die kommen alle von dort jetzt. Ach du Scheiße, da kommen so viele gerade Leute. Oh. Ach du Scheiße. Nein. Oh, ich kann nämlich nicht auf alles konzentrieren. Vor allem, wie still ich immer werde, ne? Wie still ich immer werde. Wenn ich konsentiert bin, ist mir so aufgefallen, dann bin ich richtig ruhig. Ich meine, mich stürzt jetzt nicht. Aber ich bestimmt auch nicht, aber das ist echt krass. Also ich halte einfach meine Fresse so richtig laut. Hätte ich meine Fresse. Oh Leute, da ist Feier. Ich glaube, ich mache einen Livestream, Alter. Bei Livestreams kann ich jetzt wieder machen. Das ging ja vorher nicht. Scheiße, ich will eigentlich Naturmummel bekommen, aber ich spiele da zu viel, zu energievoll irgendwie, habe ich das Gefühl. Verbündete Predator-Drohne im Anschlug. Ach, ist einfach so ein... Ich kann es nicht beschreiben, Alter. Ich kann es einfach nicht beschreiben. Komm her, Mann. Da ist einer. Ich habe voll die gute Connection, Alter. Das kann nicht was sein! Dass ich durch so einen Bastard sterbe, Mann. Motherfucker, ey. Ich bin einfach so glücklich. Ich weiß nicht, Alter. Ich will einfach nur Drogen nehmen. Meine ganz eigenen Drogen. Ja, ich komme wieder, meine Freunde. Bald geht es wieder los. Ich habe euch nur nicht genommen, weil ich nicht... Oh, scheiße, Mann. Das wird kein Naturmummel mehr. Mein Teamate hat sogar eine Harry. Ach, du Scheiße. Heilige Scheiße. Was ist denn bei dem los, Alter? Der ist hyperaktiv, ey. Ich glaube, der nimmt Speed oder sowas. Ich glaube, der nimmt Speed, Leute. Kill jemand. Oh, super. Das war nice. So. Scheiße, den kann ich... Kann ich den killen? Ich weiß, nee. So, den habe ich gesehen. Ja, wir... Wir sind vom Score her viel zu hoch. Deswegen wird das wahrscheinlich nichts mehr mit der Atommombe. Was eigentlich ziemlich schade ist, aber... Ich habe im letzten Video eine Atommombe bekommen. Kommt wahrscheinlich am selben Tag hoch. Oh, ich... Ich... Gott, ich konzentriere mich nicht genug, Mann. Ich konzentriere mich nicht genug, Mann. Es tut mir leid, Leute. Ich bin gerade auf meine Kamera fokussiert. Ich... Okay, Danny. Hau auf, Mann. So, das war ein netter Kill. Vielen Dank. Ich bin gerade so... Ich weiß nicht, Alter. Ich bin einfach so... Noch auf und... Ich weiß nicht. Ich schwitze schon. Und ja, ich schwitze richtig gerade. Weil das... Durch das Nachdenken schwitze ich auch. Muss ich dazu sagen. Wenn ich nachdenke, schwitze ich. Das ist bei mir so. Könnt ihr euch an der Schule vorstellen? Habe ich immer rumgeschwitzt? Bistum geht nicht mehr. Na gut, da habe ich nicht nachgedacht. Stimmt. Also, da habe ich nicht geschwitzt. Nee. Kein Kill für dich, scheiß Predator, Mann. Ach du Scheiße. Das ist nice. Bei mir läuft gerade richtig, Leute. Ach, scheiße. Ja, bei mir läuft bestens. Na gut, das Spiel ist sowieso gleich vorbei. Das Spiel ist sowieso gleich vorbei. Also, das ist egal. Okay, 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 okay. Ein... Ähm, ja, gut. Äh, den Score brauche ich nicht zu erwähnen. Ist nicht erwähnenswert. Ja, viel... Okay, also es hat anscheinend gerade gelaggt, aber das war eine andere Art von Lag. Ähm, sowas kann mal passieren, das ist bei jedem PC so ab und zu mal. Ähm, und zwar will ich das mal kurz erklären. Ähm, diese Lag, die ich meine, dieser Lag, das ist ein Lag. Und zwar, ihr redet, ihr redet weiter und ihr bleibt für eine Sekunde lang stehen. Das ist der Lag. Also, das war auch schon damals mal so, als ich... Also, es... Jeder PC hat irgendwie mal einen... Also, es lag auf jeden Fall nicht mehr so richtig. Ne, tut's nicht. Das find ich gut. Und jetzt geh ich meine Drohungen nehmen. Vielen Dank fürs Zuhören schauen. Wir machen bald Party. Wenn ihr wollt, kommt alle in meine Wohnung. Ab dem 2. Oktober könnt ihr alle reinkommen. Also in ein paar Tagen. Und dann geht's los. Vielen Dank fürs Bewerten nicht vergessen. Und ich seh dir das im nächsten Video wieder. Tschüss.